Ah, da kommt jetzt der blöde Brigandenscharfschütze. Also sicherheitshalber nochmal speichern. Ja, man merkt, wir bräuchten mal einen besseren Bogen. So, noch eine zweite Schmiede. Da brauchen wir einen Jäger. Wir haben noch für acht Arbeiter Platz. Gut. Ja, auf der Map mit der Fischerzunft und allem brauchen wir jetzt nicht so großartig das auf Farmen konzentrieren. Auf geht's! Jagen sollte auch immer noch gut klappen. Einmal wirklich nemen. Also, wir brauchen hier, dass wir gebeten. Wir brauchen den Schmieden im Schmied. Doch, ich habe den Schmieden gebeten. Sie haben schon krank und in die Schmieden gebeten gebeten. Sie haben keine Schmieden gebeten. Da kommt schon wieder der nächste Barbar. Wir werden wahrscheinlich hier mit zwei Türmen absichern. Sicher ist sicher. Naja, der Pass, über den die Leute gekommen sind, war der hier. Und der ist verschüttet. Gibt es also nur noch den Pass direkt durch die gegnerischen Lager durch. Erwartet euer Kommando! Gebt das Zeichen! So, da ist wieder so Tova-Papa. Tova-Papa. Gebt das Zeichen! Einsatzbereit! Ja, jetzt brauche ich Eisen und Aria, um meine Priester, also meine Kleriker auszubilden. Irgendwann kommt mir das Eisen, was ich hier habe, ein bisschen rar vor. Das ist wirklich das Eisen vorkommen hier. Naja, zurück tun wir es halt das Schmelze abliefern. Ja, wir haben die Möglichkeit, das Einheiten-Limit jetzt mittlerweile ganz schön zu erhöhen. Verfügt über mich. Bereit für den Kampf! Marschbefehl! Zu Diensten! Ja, Akademie können wir noch nicht. Der weiße Hand braucht Aria, die heilt Einheiten um sich herum. Herr, der Ruheproblem verfügt über mich. Da kommt schon wieder sein Bad Bar. Ja. 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 Herr, der Ruhne? Hier bin ich. Schon auf dem Weg. Und, oh, ein Bandit, diesmal mit Kurzschwert. Kommt sonst noch was? Nee, gerade nicht. So, wir haben das Aria, was wir benötigen. Wir haben ein Schwein in unserem Monument stehen. Oh, jetzt kommen sogar schon Schläger der Faust an. Ja? Herr, der Ruhne? Verstanden. Ja, vorwärts. Einsatzbereit. Dort entlang. Schon auf dem Weg. Dann los. Jawohl. Alles klar. Alles klar. Hier bin ich. So, für die nächste Erhöhung machen wir tausend Nahrungseinheiten. Das heißt, die haben eine ganze Weile hier zu sammeln mit den Fischen, die schon fast, die schon leer gefischt sind. Wow. Wie praktisch dann doch Weizen wäre. Ja? Dann los. Gehen wir es an. Auf mein Kommando. Bereit. Und los. Auf mein Zeichen. Einsatzbereit. Schnell. Und los. Mir nach. Vorwärts. So, das heißt, wir beginnen mal mit dem Tanz. Folgt mir. Ihre Speer haben uns entdeckt. Sie benachrichtigen ihre Lager. Der Tanz geht los. Ich hoffe mal, dass ich den Baban jetzt noch kriege. Ja, kriege ich noch. Oh, die Spinne. Sie sind überall. Vorwärts. Hier bin ich. An die Arbeit. Auf mein Kommando. Mir nach. Auf mein Befehl. Sofort. Sofort. Ein Goblin-Quark-Saiber. Ja, Goblins haben auch Ärzte. Sehen mal. Gebäude wurde errichtet. Irgendwie wird er aber aus seinem Level-1-Pollen-Macher gerade nichts kommen. Bereit. Die Linien müssen halten. Ja, folgt mir. Zur Ehre Aonius. Ach, da kommen sie jetzt. Mir nach. Verfügt über mich. Habe verstanden. So, bauen wir noch einen Ski-Stand und noch ein Tempel des Lichts. Also bedrohlich ist was anderes. Vernichtet das alte Hauptlager, vernichtet das Lager, haben sie und vernichtet das Nachschublager. Auf mein Kommando. Verstärkt die Verteidigung. Hier, schnell. Gebt das Zeichen. Ja, lassen wir doch den Barbaren kommen. Auf mein Kommando. Oh, da gehen wir den Barbaren nochmal entgegen. Töten ihn. Schlag, zieh zurück. Auf mein Zeichen. So, da kommt nämlich noch ein Schläger der schwarzen Faust auf uns zu. Schnell. In die Schlacht. Hier oben ist gleich schon mal das erste Lager. Schnell. Hier ist auch ein Lager, so wie das aussieht. Für den Orden. Das heißt, wir müssen erstmal da oben klieren. Auf mein Zeichen. Schnell. Zum Angriff. Mir nach. Vorwärts. Folgt mir. Schnell. Tag, ist hier oben jemand? Oder sind hier nur... Ah doch. Verstärkt die Verteidigung. Sie schlagen zu. Tronk ist auf jeden Fall hier oben. Sie sind überall. Erwarte euer Kommando. Befehl verstanden. Tronk hat einen Rauch bewahrts. Ja, vorwärts. Zum Angriff. Schlag sie zurück. Auf meinen Befehl. Okay, Westbomber waren. Sofort. Erwarte euer Kommando. Sind auf Feinde gestoßen. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. Erwarte Befehle. Alles klar. Marschbefehl. Auf mein Zeichen. Kämpft, Männer. Verstärkt die Deckung. Müll. Untertitelung.